Ekaterina Leonova sucht weiterhin nach der großen Liebe. Die Let's Dance-Bekanntheit hofft, bald ihren Prinzen auf dem weißen Schimmel zu finden. Seit einigen Monaten geht die 37-Jährige alleine durchs Leben. Doch die Hoffnung gibt die Profittänzerin nicht auf. Im Interview mit Bild verrät sie, auf gar keinen Fall. Für das nächste Jahr wünscht sie sich, dass endlich ihr Prinz auf dem weißen Schimmel sie findet. Neben Gesundheit und Zeit mit der Familie steht die Liebe ganz oben auf ihrer Wunschliste. Als Single fühlt sich Ekaterina jedoch nicht einsam. Ihre Familie und Freunde geben ihr den nötigen Halt. Gerade als Ausgleich zu meinem beruflichen Leben brauche ich bodenständige Menschen und ganz viel Austausch, betont sie im Gespräch mit der Boulevardzeitung. Ich bin so viel unterwegs, dass ich mich auch dann mal zu Hause fühlen möchte, wenn ich nicht in meiner Wohnung bin, fügt sie hinzu. Das schaffe ich dann durch Gespräche mit meinen Lieben. Obwohl sie ihr Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraushält, gibt es immer wieder Spekulationen. Fans vermuteten kürzlich, dass sie wieder mit Ex-Freund und Tanzpartner Paul Lorenz zusammen ist. Mit ihm war sie bis 2013 liiert. Doch auf ihrem Instagram-Profil stellt sie klar, Nein, wir sind nicht zusammen. Paul ist glücklich vergeben. Und es bleibt so. Damit sind die Gerüchte um ein Liebes-Comeback vom Tisch. Ekaterina konzentriert sich auf ihre Karriere und genießt das Leben als Single. Die Suche nach der großen Liebe geht für sie also weiter.